So, hol ich mal ganz kurz nochmal das Medizinkit hier vom Handyman Und wir müssen Irgendwohin Können wir eigentlich rauf? Ja, cool Möchte jemanden? Ne Diese Pfeile sind echt verwirrend Oh, das tut schon so sehr weh Die sagen, ich muss da rauf Aber wo ich genau lang muss, sagen die mir nicht Hm Ach guck mal, hier kann man noch so runterfahren Da würde ich gerne hin Bam So, Feuer, ja, sehr interessant Salz brauchen wir nicht Waffen bräuchten wir mal, Salz brauchen wir nicht, habe ich gerade gesagt Sind wir denn richtig? Nein, sind wir nicht Hier rein geht's auch nicht Demnach würde ich mal sagen Aber wo müssen wir jetzt genau hin? Ich spame das Ding jetzt einfach mal zu hier Ach, müssen wir Ach komm, verarsch mich nicht War ich gerade echt so blind? Schlimm, schlimm, schlimm Ich bräuchte eine bessere Waffe auf jeden Fall So Bank des Propheten Das ist Unsinn Was? Hab ein Lockpick gefunden Ah Lockpick Da liegt doch noch Ah, Geld Im Brunnen vielleicht auch mehr Ne Gut So Hier nicht, da nicht Das war gerade schlimm Aus Versehen auf die Maustaste zu kommen So, was haben wir hier Was soll ich mir die alle angucken? Ach komm Gönnen wir uns Mhm Da haben wir das schon geschaut Ach komm Muss ich mir nicht alles Das muss ich mir nicht alles geben Wir müssen zu Comstock Haus, Bucke Gehen wir wieder raus Wir müssen Comstock Haus Also Das heißt, wir sind hier auch noch falsch, oder was? Ich würde mich hier gerne auch umschauen Aber hier gibt's ja gar nicht so viel anscheinend Ne, hier ist auch zu Hier geht's auch nirgendwo hin Mäh Keine Band Da liegt eine Bananen am Schreibtisch Eine alte Hier ist etwas Geld Boah Durch den Schlitz geworfen Unglaublicher Skill So Und wir scheinen hier immer noch nicht richtig zu sein Geh zu Comstock Haus Ja, wo soll ich denn hin? Da hinten irgendwo, oder was? Ja Mann, Mann, Mann Sag das doch gleich Ich suche mir hier einen ab, ey Ganz ehrlich Dann ist es hier gleich um die Ecke So Ein Waffenschrank Eine Schrotflinte Nehme ich auf jeden Fall Anstatt von Das Ding hier mit So Schloss knacken Boah Ich suche und suche Was du da von mir verlangt hast Reden wir nicht drüber Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt Es ist der Tod Mr. DeWitt Oder etwas so ähnliches Dass es keinen Unterschied macht Hm The Fauners Will Bleed Äh Sind wir immer noch nicht richtig, oder was? So Boah Dunkel Ein Lockpick Was ist denn das hier überhaupt? Mülltonne Drei Lockpicks Wow Cool Aber sonst Auch eine Mülltonne Geldbörse Buch Finde den Voxcode Das sieht aus Wie das Buch Waschbecken benutzen Mit dem man diese komische Schiffre Beim Boah Wie hieß das Teil? Na hier bei Finken Beziehungsweise bei Fink Dechiffrieren konnte Aber das kann ja unmöglich Hier sein Dafür, dass der Code so weit weg ist Da kommen wir noch niemals mehr hin, oder? Aber ich glaube auch nicht, dass es das ist Silver Eagle Stop Gerne Ich dachte, dass es mir in die Hand gibt Nein Musst du wieder umherschmeißen Das Geld Ein Codebuch Netz So Ich würde sagen, nein So Bam Bam Friss Das Oh, ganz ehrlich Mülltonne, die Suche und nichts Oh, ich habe ihn getötet Nachladen ist gut eine Idee Ein Locktick Gesundheit haben wir voll So Äh Pff Ist die gerade einfach durchs Feuer Gehen, oder? Ne, die ist nicht durchs Feuer gelaufen Ja, wusste man nicht so viel Mh Schieß Eisen So Marketist Trick Waren wir hier nicht schonmal? Kommt mir so vor Wenn man dass die Welt viel dunkler ist Scheint die Vox haben ihre Lieblingsfarbe gewählt Ja, sehr passend Blutrot Ja, wirklich sehr passend So Drei Blockpicks Klar Am besten gar nicht Ich glaube auch nicht, dass sie sich wieder erholen wird Die wird eher untergehen Da ist so eine Infusion drin Infusion, Infusion Yeah So, Salz benutze ich sowieso nicht so oft Gesundheit Erhöre ich mal ein bisschen Perfekt Sehr schön Müsli Hm Oh, ich komm hier nicht durch Ich bin zu fett Oh So Hier nichts Hier auch nichts Hier ist die Tür zwar irgendwie offen Aber reinkommen tun wir auch nicht Hier auch nicht Hier werden wir wohl nur noch wo reinkommen Es lädt Warum lädt es? Wir are closed Ah, schade Und wir sind hier nicht mal richtig Abgesehen mal davon Oh Der Typ ist ja auch nicht mehr so frisch aus Und was haben wir hier? Zurück an Absender Hm Was ist das denn feines? Oh 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 Das ist cool Drück rechte Monsters um einen magnetischen Schild vor dir aufzubauen Halt die rechte Monsters um das Schild vor dir zu tragen Beim Tragen werden Salz verbraucht Beim Mutlassen werden Kugeln zurückgeschleudert Klingt doch mal sehr interessant So Wasser Hier brennt alles Könnte man ja theoretisch löschen Mit unserem komischen Wasser-Dingsbums Aber dadurch würden wir ja trotzdem nirgendwo hinkommen Weil die sowieso verschlossen sind Die ganzen Dinger Demnach Gehe ich mal hier weiter Habe ich schon besucht Market district Weiter Ihr Penner Oh Scheiße Ach Ach man Wer schießt denn da Ey Ach man 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 So Komm Ach Ach Scheiße Ich bin getroffen Sehr schön Sie ist auch so ein Zwischenwesen Wow Mann So Boah Danke Ich bräuchte eine Fernkampfwaffe Mann Pisst euch doch Majel BAM 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 Kommt der die Treppe runter Oh komm Verreck BAM Das Ding ist kaputt So Nein Ist es nicht Scheiße Warum nicht Ich habe keine Muni mehr für das Teil Ist das Teil jetzt kaputt Ja Du Dreck Sau Und der hat nicht mal irgendwas dabei Der hat doch hier bestimmt wieder Genau Einen Gatling Gun So Oh Dieses Dreck Alles verlassen Oh scheiße Was habe ich jetzt gemacht Wow Wie wenig Energie habe ich denn Oh Ich habe irgendeine Scheiße gerade getrunken Ganz ehrlich Ich fühle wieder Alkohol Rappetier brauche ich nicht Hör mir einfach ganz genau zu Hm Naja Hm So Was haben wir denn hier feines Haben wir hier mehr Nö Und hier Ich bräuchte mal wieder ein bisschen mehr Ein paar Waffen hier Ich habe nur so eine Mistwaffen Und hier Haben wir hier was Neues Ich glaube nicht Nö So Können wir hier wieder raus gehen Oh Das Geld von der Straße Hier machen wir natürlich auch Warum auch nicht So Ein Turm Achso Das ist wahrscheinlich Kanzler Klaus So Was haben wir hier Schießeisen Wieder Will ich gar nicht nehmen Hier Repetier Repetier Brauche ich nicht So Da geht es nicht rein Hatte ich hier noch was Ne Da geht es auch nicht rein Hier geht es überall nicht rein Mann Weg in 5 Minutes Genau Hier geht es rein Drei Lockpicks Was ist das da eigentlich Ach das ist teilweise geworfen Oder Mit der Fähigkeit So Fast Leer So Dann gucken wir mal hier rein Und Vielen Dank.